Heidekonzerne zuletzt ist er an der Linie zu passen was sie da wird das heißt das heißt er geht es wieder in der Stadt läuft scheiß auf die Geräte es ist er geht auch sie produzieren Urensohn ein Schlauter muss was mit dem Hammer die weiße die tun nur so nah das ist ja wohl die auch war der Kultusverfahren 8 enthalten ab Park und so das ist auch noch mal so und auch noch was er zugeben da war schlecht war ja das war wirklich schlecht von mir dann hat er gesagt dass ich nicht wieder da gibt es zu bestrafen Ich bin zu doof zum Ruberhaken. Wir haben einen Staden heute. Oh ja, oh mein Gott. Soll ich hier eine Schlüssel verwenden? Nein. Gesundheit. Gesundheit. Nein, oder? Nein, da ist die Schlüssel drin. Da ist die Schlüssel drin. Darf ich das nicht auch? Ja, Moment, aber hier wieder Bomben tragen. Da muss ich mit Bombe arbeiten. Boom. Da. Dort findest du da ein Schlüssel, was du da aus? Ich sage jetzt, wenn es läuft. Und ja, da aber den Schlüssel verwenden, oder? Ja, da nicht direkt die Bocken da dran legen, da gibt es ja die Teilen, ja. Dann bist du fähig. Weiß dem, ich hab, weißt du selber, ne? So, wieder bestraft und schlecht. Wie, hast du gesehen? Wie, na? Oh, okay, das war meine Letzte. Das muss es nicht haben. Ja, genau. Geht so nah, warum wir da unten codーattstieren gehen? Ich gehe noch etwas weiter. Uh okay. Kein? das Graf zur Arschloch vor jetzt schnell in die Ecke ganz so eine scheiß riesige Stelle ok jetzt bin ich hier oh nein nein wie komisch da bitte schon rüber naja da musst du allerdings auch da muss den Stand verschiedener so komisch das schon ach so ist ich stehe enthalten ja voll verkackt das ist eigentlich ja noch ein schönes wenn du den Abteil nimmt sie in einer Abteilung äh ja dann weiß ich selber nicht meine meine mu und zwar bist du das war natürlich fein nö das ist zu einer das ist mir jetzt aber auch ich weiß nicht ja 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 das Spiel auch ganz einfach mit RTG Maker kopieren na soo du 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 echt du wirst du 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 und das heißt ich habe jetzt 20 jahre zu also auf dem Weg was hat er nah ich super was ist wird schon mal zur Welt mal kommt der Master Schlüssel muss ich schnell rüber nein schnell rüber ist eine schlechte Idee nein du kriegst ja hier Master Schlüssel erstmal musst du da rüber ganz schnell da da wo das schon so abgehakt ausschaut da setzt du das Feuerleute ein ach nicht das Feuer hat ein Luchtelement und dann wirst du den Weg ab du Sparta auf der SNES-Version für ein Blatt aber dann geiler, was da hast du ja du kannst da rüber du sagst jetzt kannst du da rüber du hast verkrackt da ja ich hasse solche Aufgaben ja ich mach nochmal hier da kommt gleich mal ne Friesaufgabe und Fackeln anzitzen noch Zeit oh f*** dich was war es noch nicht falsch was war auf der SNES-Version na was war auf der SNES-Version äh gar nicht du hast doch irgendwas anders ich hab's ja geißen äh welche Richtung Stefan guckst dich nochmal genau an ja äh rechts hoch ne ja ich hab Angst hier runter zu fallen ja jetzt war das Meer ja ja städt nein so jetzt ist das ganz einfach oh 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 äh nein ich hab Angst na komm mal ja 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 jetzt geht's mit Töten 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 boah ey wir hätten doch eigentlich die Fakul da anzünden können wir hätten jetzt auch nie ja ich hab ja die Schnauze sind da wo die Schatzkiste ist dann noch ausspringen was passiert leider brauchst du jetzt nicht mehr brauchst du jetzt nicht mehr fließ dich doch hehehe du bist überrascht oh Finn Finn nein moin 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 ich hab's loschen seine mögliche Kräfte sind zu billig dafür scheiße billig ähm wohin was muss ich hier machen Bomben ja Bomben auf die ja da musst du Bomben hinlegen wo die Schatzröhre war wo die Schatzröhre war wo die Schatzröhre war du Spaten excuse me princess ja du hast richtig gehört ich hab dich princess genannt oh die sind gleich du hast du dich nur schuldig oder da ich hab mich nicht und wo ich schlagen hallo 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 links oder hoch der Entschuldigung ja den Hartling ich habe hier was die andere Zeit können jetzt links noch die ganze Stadt ist ja Aaaaaah Da wo wirst du? Wer hast die Schatzkiste jetzt schon im Auge? Wenn du wieder raus gehst Ja geh doch raus, geh doch die Kackttreppe hoch! Ja ist das scheiße! Oh, da will ich noch fehlen, drüber! Kommt doch her, komm zu mir! Nö, du bist eh woher am tiefen Kaffee Wo ist eine Fege gefahren? Wo ist eine wilde Fege gefahren? Sie ist so wild. Die macht sich richtig geil. Du schmule Sau. Das darf alles fertig sein. Geh da wieder hoch. Oder Fee? Moment, erstmal guck ich mal, ob da wieder Fee auftauchen. Das könnte ja so sein. Geil. Geil, geil, geil. Ich hab Fee! und her hier ist die Städte auf alle vier vielen und volle 20 und wohl Energie die Brust nicht gleich an die Gänze aber er ist so gut aber hat in der Kiste das ist ein kleines Spiel und es ist sich nicht noch besser am und Anna auch da ein Spiegel die erst mal speichern sich die Welt jetzt ganz in die Mitte ok ohne ein das ist weil ich nicht mehr schiebt auch der gegnötig dafür gleich viel gebraucht für die fackeln auf zeit da ist ein bisschen magie da ist ein bisschen aber natürlich ein 1 kack versteht die ganze scheiße da und ich merke nicht mehr um er ist die runden die mutter uns von den scheiß schweiz hat den bloc verschoben hier jetzt muss die beiden tüten die Barthofen heißt ein wird der Mann gefordert Neuerung natürlich Komponfekt jetzt nicht hier mag ich was einsetzen all jahre nur es mag das Ding haben getrunken ja du musst die Dinger alle töten, ne mal jetzt in jedem Raum alles töten man sieht ja wie die Mischperschaftsschüsse zieht immer genau so viel auf der Flieger überhaupt nicht noch ja fuck you okay Leute aber wir haben das letzte Spiel ja bald schon beendet xd wenn du den Tempel jetzt hier machen möchtest, sonst ist es gar 100% mehr, ich weiß nicht wieso ist es denn gar 100%? okay, 100% mehr der Tempel gehört in der GBA-Version damit zu dann bin ich richtig hier ja du musst immer jetzt diesen Raum hoch, immer Räume hoch und ich muss jetzt in jedem Raum jedes Monster töten ja außerhalb der Kapitän mehr auf jetzt war die Hilfe der Gerisch ... ... ... ... und ein 1 müsste mir als Antwerpen das ist nicht mehr oder so ist ein paar bis zuerst hat schaue